Ey, das andere Team könnte jetzt auf uns ulten, ne? Also die haben glaub ich ne Ash. Ich hab eben irgendwo ne Ash gesehen, von der hab ich grad ein bisschen Schiss. Da? Okay, ja, ja die laufen dazu. Beim Drop, mit deren Lifeline-Joke. Unter uns. Lifeline Crack. Die ficken sich, die ficken sich. Ich hab den Crypto genockt. Da, linke Seite, linke Seite. Ja, ja, ja. Noch nicht, noch nicht. Der, der cute auf dem Team. Lachen wir mal hier. Kann man machen. Okay. Okay. Ein Predator. Zwei Predator. Lass mal hier rein. Ein Diamonds per Predator mit uns. Das ist auch Spaß. Ja, wow, ansonsten geht hier ja gar nix. Was soll der Schweiß? Ja, okay. Ich geh hier looten, wenn ihr beide da drin sitzt. Ich dachte, wir bleiben zusammen. Okay. Ja, sollen wir so ein bisschen das Weitersuchen, oder wollt ihr die? Ja, wenn wir schon in die landen, dann ficken wir auch die Predator. Zeiten. Ich konzentriere dich nicht an. Oh, die Frames, Alter. Ich bin so verwöhnt jetzt. Die Frames. Daumenkino mäßig vor mir abläuft. Harte Steps auf mir. gravity. Ja. Ich stehe auf, wahrscheinlich. Oder. Rechts Tür, rechte Tür bei mir. Ich stehe im Puppe. Ich stehe mir auf. Mauder 4. Mauder 4. Er tut sich ganz virtuell. Cracked. Vauberg cracked. Jawoll. Ja. 36 auf dem Mitte. Ist doch, wir sind in der Mitte. Oh, noch 2 noch einer noch einer Gap Helfer, da schüttt Gas, schüttt Gas, schüttt Gas Gas, Rückseite, Rückseite Oh nein, der ist bei mir. Ja, ich droppe wieder. Ich habe den zweiten auch gefinisht. Max, hier steht eine Drohne, ne? Ja, jetzt ist er weg. 20 Sekunden cooldown. Haben wir einen Lober gefinisht? Ja, ja, haben wir gefinisht. Okay, nice. Was denken sie könnte das von mir? Die sind auf jeden Fall geistrank drauf, wie der geschossen hat bisher. Ich gehe mit Tizian aufs Dach. Perthi ist hier über mir. Einer kann Zippy nehmen, einer kann Zippy nehmen. Crack, mehr, viel mehr. Jawoll. So easy. Ja, ist doch gut. Hey, bei mir war es schon wieder weggeräuschend. Da, da lande, der zweite Diamond. Wo, 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 wo? Ah, da. Ja, ich lande auf seinem Dach. Ich lande bei seinen Jins. Oh, ich kriege einen Rücken. Ich muss den hier voll pushen. Ab. Sauber. Ich muss kurz zielen. Die kommen von der anderen Seite. Da, da, da. Dach, 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 dach. Schön, Max. Ich muss kurz runter wegen Axta. Ich thurste kurz. Ich gehe hoch zu Max. Ich bin bei Max. Ich bin unten down fast. Ah, nee. Noch nicht down. Uh, unten drin. Unten drin, ja, ja. Da sitzt. Schön. Schön. Spaß, oder? Nee. Der war noch nicht, den musste ich finischen. Hier ist ein 3-Score. Ja, das ist so dringend. Ja, das stimmt. Drei, vier Jahre nicht mehr erzählt, ne? Ja. Werd ihr bei mir? Oh, oh. Von wo wir kommen? Äh, 50. Von wo wir kommen? Nee. Da, 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 da. Ich dachte, wir wägen vor uns, vor uns. Uh. Oh, ich bin ja low. Mein Soft. 63. Also, ich habe keinen anderen gesehen. Also, wir können den eigentlich... Sind zwei Minimum. Nochmal 43. Okay, okay. Ich bin Chillbreak, ich muss heal. Wir sind halt nicht ohne, ne? Ich hab einen. Oh, shit. Ich hab einen anderen fast getrackt. Da ist Ulti gerettet. Push die, push die, ne? Ja, ich bin oben hier. Ich bin oben oben. Jawoll. Neues Team, neues Team, neue Schüsse, neue Schüsse. Wunder. Ich muss echt Schietzruppen. Waren wir hier? Hör! Ja. Dixer, Alter. Ja, ich hab schon wieder abbekommen. Ich muss nochmal hier. Wir sind gecharged, ne? Das kennt man auch. Warum connected meine Throne? Pass auf, ne? Ich hab Horizon gecrackt. Und da ist ein Jibby, der close kommt. Haben wir da einen Arks da zufällig? Ich weiß nicht genau wo. Fuck, keine Arks. Aber einer von euch nen Arks da. Ja, ich hab keine, keine Ammo. Was baust du? Was baust du? Heavy. Äh, ja, hier. Ich glaub dir ein bisschen hier, Fuchs. Ich mach mal auf mir. Ich hab Termin-Granate nur. Geht's dann? Äh, ja, okay. Wo genau sind die? Hier auf dem Dach. Der eine läuft da unten lang. Okay. Okay. 34 nochmal. Lass Jibby. Lass Jibby, äh. Jibby 76, äh, 76 cracked. Sollen wir den nehmen? Ja, können wir gerne machen. Aber bis wir da sind wir wieder voll, ne? Aber der ist halt nicht mit Team. Warte, der peek. Headglitch. 26. About, glaub ich sogar. Ja, komm. Fuck, ich hab nur noch eine Batterie. Rennt. Ich werf die Batterie. Oh, er rennt, er rennt, er rennt. Okay. Lass den hinter. Den hinter... Äh, Blutthorn. Hätte jetzt zwei Batterien. Sauber, danke. Ja, lass den hinterher. Lass den hinterher. Wir haben auch kein... Wir können sonst auch nicht rotieren. Fuck, hier gibt's praktisch kein Cover. Von rechts, von rechts mehr. Äh, Blutthorn knock, Blutthorn knock. Lass hinter den her. Lass hinter den her. Blutthorn getfinished, Blutthorn getfinished. Sauber. Oh, Max, gib mir den. Ja, okay. Werf ich hier überhaupt einen hinter dir? Äh, danke. Oh, goldener E. Ähm. Ja, komm, nehm ich. Ich werf die für eine K rein. Da drüben, da drüben. Okay. Ja, die muss ich kurz tun. 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 Wir haben drei Sekunden. Wir müssen weit, wir müssen weit. Ganz Schild ist erschossen. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Sie peaked immer noch? Äh, von vorne, von vorne. Ja. Ich werde nach vorne sehen, dass man die Gase holtet. Okay. Irgendwie lebt uns da. Schossen auf geht's. Fast, fast links. Ich hab keine Nade. Der hat uns geholtert, der hat uns geholtert. Ja. Keine Ahnung, wo der ist, war? Ja. Ja, GB war gegenüber. Kannst du erstmal weiterlaufen? Ja, ja, ja. Hier unten direkt, hier unten direkt. Ich sniper rein. Ja, ich auch. Wo? Einer noch closer. Ah, da. 21. 38. Rechte Seite noch einer. 57 auf den. 42. Die da hat ein Goldschild, die will ich. Ich nehm einen Angle. Auf dem hintersten nochmal 60. Ich muss hier. 48. 48. Wir haben hier High Ground und unser Rücken ist klar. Gas uns ein, wir sind hier cool. Da vorne, ne? Den Job können wir eigentlich vergessen, oder? Fack, ich hab nicht die Bullets für den Shit. Ja, direkt heal, direkt heal. Ja, die pushen daraus eh nicht. Ja. Warum auch immer die das gemacht haben. Ich nehm hier High Ground kurz über den. Ich hab diesen Beacon zu stellen. Hat jemand Energy Ammo? Ne, leider nicht. Ne. Ich hab noch einen Schuss Triple Take. Steps close, direkt bei mir. Hier die, hier die Lifeline. Ah, fuck. Die rennt wieder weg. Oh, die hättest du ficken müssen. Ich hab bisschen auf Gold für den gemacht. Ich hab Crypto gecrackt. Die einen haben den Drop genommen. Die kommen jetzt glaube ich auf uns zu. Wir müssen, wir müssen mit hinter uns aufpassen, ne? Der Choke ist noch in der Zone. Hier ist ein Spot, ne? Hier ist ein Spot, die gucken auf uns. Die rennen. Das andere Team, das Team geht nach rechts. Aber hier ist links ein Team. Seht ihr das Team links? Hier? Oh, oben auf dem Berg, ja. Philipp, gas mal bitte hinter uns. Gas mal bitte die Covers hinter uns. Ja, hier, ne? Ja, vor allem hier die Richtung. Da könnten die noch herkommen, oder? Ne, 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 andere. Da, da beim Choke. Da kommen die her. Wo die Fighten? Die hier sind weg. Die seh ich nicht mehr. Die sind nach rechts weg. 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 Ich muss eigentlich dahin, um kurz die Waffe zu holen. Die die gedroppt haben. Ja. Wenn die eine Waffe gedroppt haben. Oder vielleicht ist es auch keine Waffe. Ne, von rechts beim Schuss. Die sind immer noch rechts unten an der Ecke. Ja, ja, ja. Mit einer RE. Ja, vom Schuss mit RE. Bäume 57. Oh, ich brauch Light immer, Alter. Das wäre meine eigene Waffe. Kannst du ja nicht. Das sind Drohne. Hab die. Ich überleg grad, ob wir die hier irgendwie pushen können. Boah, kann hier nicht irgendwo Energy liegen? Da ist ein Portal. Da tappern die nach links. Ja, ich guck was. Ob das Sinn macht, ob ich kurz zum Drop gehe für eine Waffe. Wenn die... Moment, welche? Wo? Wir haben einen Engel auf uns. Wir haben einen Engel auf uns. Beide. Beide Seiten. Die nehmen gerade alle Portal. Ja, die kommen jetzt vor allem auf uns zu. Jetzt sagen auch, ne. Wir hätten nur Hoffnung, dass die in die Gegner rein rotieren. Die gehen jetzt hier lang. Da unten sind die drin. Brono fliegt jetzt zu denen oder fliegen sie wieder zu uns. Brono ist weg. Hier drinnen sind noch Ihre Wechsel. Oh oh. Hier. Irgendwenn eine Waffe findet, Cole. ist ja noch irgendwas drinnen ich habe gas jetzt unter uns ja die kommen da die kommen da rausgelaufen kommen da rausgelaufen ich habe viel gas geworfen noch mal gas ausgelöst moment moment mal die müssen alle zu uns für eine programmazione wir haben gewonnen wegen dir werden gewonnen das andere team hier unten könnte eine zone gegen könnte noch das andere team könnte jetzt auf uns holten also die haben glaube ich eine ash ich habe eben irgendwo eine ash gesehen von daher habe ich gerade ein bisschen schiss da ja 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 die laufen dazu lifeline crack die ficken sich die ficken sich ich habe den crypto genockt ja noch nicht noch nicht der cute auf mich zu andere andere zone anderes team ist gestorben anderes team ist gestorben ich habe einen knock bekommen irgendwer ist gerade gedaunt ja ja alle boah sheesh boah jetzt geht mir nicht boah junge mit an mit jungen hd-schussbetector haben wir uns schon so schaden fahren können das wäre so das 3 kill 2 kill gehen ja shit die jungen so bis ich mich bei 1,5 alter am ende immer so für 12 mit der re so so weil ich ja noch 130 schuss hatte ging gar nichts mehr oh äh 2 nach 12 ne ja ab jetzt gehts los ab jetzt gehts los jungs der chef oder das zählt jetzt so rein ja wirklich 12 kill win das waren einfach 17 punkte oh junge 2-6 junges damage record oder? äh könnte sein oder? auch so am